Hallo Leute, Alpenmilch hier. Ich spiele weiter Poi. Das hier funktioniert im Mikro, also Live-Kommentary während des Spiels. Und ja, tut mir leid für das, was geschieht, also ich hoffe, dass es nicht so fürchterlich ist. Gut, mir alles fehlt hier ein Medaillon für den nächsten Level freizuschalten. Ich schätze mal mit dem Kollege, guck mal, was wir hier können freischalten. Back with more coin, have a look! Puzzletower, Superslide, Floaking... Floaking? No, Floating. Sky Grid, Climbing Cause on the Quake Run. Ich mein mir mal den Echt, weil die Bölle ist. Puzzletower, für 10 Stück. Ist mein. Schaß mich du hin. Puh. Ah, die weiße Sterne. Okay. Du weißt, okay. Du weißt, okay. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen nicht direkt, was die beste wäre. Es geht nicht weiter. Okay. Ah, das ist mir Zeit, natürlich. Ich meine, es ist super. Also, die kommen schon in den Hallen. Okay. Das, mich das natürlich gut. Ich stecke mir einfach. Oh, da ist ein Golden Gear. Hier. Ne? Komm, guck in den, was man zu wollen. Also, dreht doch andere. Okay. Also, dreht doch andere. Wir passen nicht überhaupt Zeit. Wir könnten eigentlich auch 10 Münzern zurück sammeln, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich denke, ich will genug Münzen durchsehen. Ich habe eine Golden Gear Nummer 1 gefunden. Wir sind die Beste. Wow, das war ein bisschen knapp. Auf irgendeine Richtung. Däuner. Wuh! So, ein bisschen knapp. Mit Wardegunden durch den. Und, und, und. Eine andere Minute. Nein, eine Minute und eine Sekunde. Ha, ha, ha. Boah, mit Roten Mode. Was ist das? Fledging Explorer. An Achievement. Nice. Hey, cool. Ich habe meine Klasse-Mann verbessert. Ich habe 2,000 in Abs. Nein? Wir sehen uns in 1,056. Yeah. Fünfzig sind gerade noch ziemlich. Gut so. Aber weiter so. Aber noch mal ein paar. Ich kann mich mit den zweiten Level freischalten. Boopi, du brauchst mir nicht zu sein. Ja, da ist ein anderer Welt. Ich wusste, du gingst dir mal da kommen. Mount Magma. Es ist ein bisschen mehr gefährlich als Cozy Canyon. Aber ich denke, du kannst es nicht zu sein. Ja, da ist ein anderer Welt. Warum nicht die Schäben und stecken uns da? Ich muss so schön da sein. Ich muss so schön da sein. Warte, Moment. Warte, komm, verbeißte mich. Wir gehen nicht automatisch direkt in der Guide. Das war blöd. Eine, die Himmel befreit sich. Nur wenn wir drauf gucken. Warte, wir gehen also erstmal bei den Mädchen. Wir nehmen die Golden Gear. Balaunschleider. Weil er hat Möglichkeit verloren direkt in der Nähe zu sammeln. Okay, und... Was hat denn in den Schwenten? Buh. Okay, das hier brauchst du mal mit Lounge zu bringen. Sie kriegt dir direkt. Okay. Ich will. Und... Haps. Travel to... Mount Magma. Ascend the Stone Tower. Okay, Rob Klamm ist immer ein gutes Mission. Oh, das ist mir Raudeltsisch. Ja, okay. Das sind zwei, ja. Plattformen, die hin und hier gehen. Zweite Level für Mario. Nudem sie in der Wamp besiegt. Okay, der Level gesagt für mich cool ist, muss ich sagen. Definitiv. Gefällt mir schon mal. Okay. Gehen wir dann hier oben? Basecamp. Aber du bist gut, dachte ich. Ein Bucket hätte. Sie sind aber gerade anders geknuppt. Oh. Woa. Der Start. Die, ähm... Sie keinen I-Frame-Stone. Ah doch. Ich bin aber nur ein Herz voller. Um, dann machen wir das so. In Sand. Okay. Wasst du den Archeolog? Ah. Hallo, da. You look like you're on quite an adventure. I see you have a shovel too. Are you by chance collecting fossils as well? Our colleges who travel the world in search of rare and unique fossils. Maybe you can help me out. If you happen to get up any fossil, I'd love to take them for my special project. Okay, verloren werde ich nur um Himmel rumlaufen. Okay. Die Note kommen schmollt. Was ist das? Schüsse Loch. Okay, kollege du nervst. Das ist schmollt. Das ist schmollt. Das ist schmollt. Das ist schmollt. Okay, dann haben wir das für ein paar Kalle. Sorry, du hütten mich. Wir haben eine Mission. Wir gehen noch ab. Buckethead. Das ist schmollt. Das hat die andere an dem Himmel scripture gehört, ne? Das lässt sich von doing, wenn die mich gut, ne? Ja, es war den Heiden. Ja, wirklich, dass ihnen ziemlich viel Freiheit wird während dem Springen anstatt noch ziemlich einfach abzuklammen. Ich wollte nicht wirklich so ausgeseit in dem Moment. Zu den Barrieren und so mehr. Ich muss sagen, der Kollege wird so viele Walljumps drop. Das ist peasy, peasy. Das ist nicht easy, weasy. Das ist einfach nicht peasy, peasy. Also, Ascente Stone Tower. Das ist gebombt. Ich finde leid, weil er Banjo-Kazooie, wo ihn einfach am Level 3 bleibt und weiterführt. Ja, ja, nach Schiologen zu haben. Entscheiner, gut. Dieser Erlaubsinger, du nehmt ein Versteckland. Haha, komm, geh mal gucken, was den so hat. Autsch. Ja, huu. Du hat nicht weiggedohnt. Absolut nicht. Ich möchte ihn tun. Ebenfalls satanistisch Rituale, wenn er mich freut. Nein, ich wollte nie, weil Toilette ich tun. Nein, ich möchte ihn nicht vorstellen, wo ich vorbeigehen würde. Ja, ok, das wird uns die erste Welt und dann nur die für alle einzelnen Welt. Was ist zuhause? Willkommen zu der Fossil-Irland. Ich habe erwähnt, dass Mount Magma in der Suche von Fossil. Oh. Okay, der Tisch, wenn ich ihn soll finden, der ist in der Welt, der kriegt ihn ein shiny Medallon. Medallon. Okay, müssen sie dort alle erfahren. Der Tisch wird ihn am Anfang mehr durch Sterren zu kriegen, wie der nächste Moment schenkt. Ja, schnell zu sterren, weil Medallons für mich viel zu komisch wird. Der Salon. Für Collectible, weil das ist gut, wenn ich schnell auch benutzen werde. Medallon, 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 Medallon. Okay, dann gehen wir zu Räger an Mount Magma, gucken wir, ob wir nach ein, zwei Sterren können fangen. Bullying the Bucketheads. Okay. Das klingt wie Bully the Bully. Wirklich. Das war die Mission an einem Lava Level, so falscherweise. Das ist ja Gold ist schon, okay. Okay. Ich denke, dass die Farbe Licht gerne hören kann, kann sehen, dass das noch ein sehreres für wir dann so. Mehrte ja an dem leichten Level, dass er tränen kann. Okay. 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 Ancient Fossil. Okay. Ich muss das Spiel aber okay aus. Für den Early Access ist das sogar ganz gut. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist das, was ich sage, die nicht gut funktionieren, heute. Ich habe den zu weit fortgekriegt von den Ankerbis geschlugert. Das ist blöd. Und das blöd, das war ein Unfall. Wie soll ich den Duennelo kreieren? Ah. Ich hoffe, dass die nicht nötig sind, dass die anderen zwei durchgehen. Ich werde kaum leben. Voilà. Das Mission ist gefickt. Weil für den heute zu retten muss ich da aufspringen. Und die Kollegen heute treffen. Okay. So geht es doch. Ich komme hier nach Rupp, wenn ich noch nicht sterben. Dann kriege ich das nach hinten. Das ist aber blöd, dass ich so weit muss gehen. Aber bueno. Early Access, Leute. Early Access. Ich darf selbst nicht sein. Und wir müssen unbedingt das mit der Unverwundbarkeit flicken. Weil das fürchterlich ist. Das kann nicht equilibriert. Okay, da haben wir es noch hin. Quaking fehlt es. Nun die Tür. Bemol. Also ein Glas. Hey. Okay, ich bin nicht schon gesperrt. Da geht es nicht. Ja. Da sind auch von einem Hof gefallt, wo sie sollte sind. Hitbox von der Flamme gefällt mir gut nicht. Oh komm, ich war Drup. Ich war Drup, ne? Ich bin nicht schon gesperrt. Hä? Schnell scheint nicht getroffen. Okay, on dude. Ähm. Ja, wir versuchen. Okay. Nur die Sachen, die nicht gut sind. Die definitiv nicht gut sind. Die nächste Level wird so proper poliert gewirkt. Hi. Und ich muss schon ein paar Überraschungen. Ach so, den hast du noch immer befreit. Okay, ich geh mal nicht gleich ran. Ich geh aber davon aus, dass der da jetzt auch nicht einer so umbringt, ja. Oh, ich war Drup. So kannst du doch nicht schießen. Oh, was? Ich verstehe gut, wie verschiedene Gegner funktionieren, ne? Weil nicht vergessen, der Kollege kann hier nicht wirklich schlauern oder so. Ich verstehe nicht. Ein Moment geht es, und der geht es nicht. Oder ein Moment geht es nicht, und dann wird er mal funktionieren. Er hat auch genau die Dynamische Technik. Das ist ganz auch klar, wie wei wird es machen. Voilà, dort zum Beispiel. Ich verstehe nicht, wie die Priorität funktionieren, um zu springen. Ich geh mal einfach hier rauf, ne? Dead Ant. Was ist das sicher? Das sieht nicht so aus, ne? Sammle mal mal ein paar Fossiler. Ich geh mal einfach in das Richtung. Gefällt mir mehr, wie die Mission du sich dump-ass. Oh, komm! Absolut kein Grund, für das du so blöd noch ranfällst. Oh, mein, ich schaßen das Platz. Ich schaßen sie los schon. Bon, wenigstens hast du eine Medaillon zu gesehen. Probieren wir mal das richtige Zimmer an. Das da, wäre ich dem Moment nicht gesprungen, dann wäre da der Game Over, ne? Also, da hätte ich lieber verloren. Das sind die, das ist viel mehr einfach wie die nächsten. Okay, das will ich. Ich bin echt, da geht auch in der Nummer nachher, find. Cool. Yes! Secret Cave? Okay, das ist der Secret Cave, wo ich mich reinbrüche. Okay, gut. Was wird denn abgemütet? All cares, wann ich rumkomme? Ich glaube, ich habe es Neues, ne? Ich gehe noch von da aus, dass ich der Toten aus verletze, habe ich bisher nicht gesehen. Ich bin einfach mal rausgesprungen. Alles noch rein? Ich verstehe nicht wirklich, ich warte das. Die Liedere, sie, fürchterlich. Der hat mir schon ganz am Muffang. Nein? Ich wäre der Meinung, dass wir eine Alu-O-Dung für anzusprungen. Bon. Auf jeden Fall, wir werden heute mal stehen bleiben für Prey im Moment. Und ich möchte hier nicht nichts gerne anzuschalten, für eben nach einer weiteren Folge. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel werde spielen, weil es sind aber nur so eine Reihe Momente haben, mit Sachen, die einfach nicht proper programmiert sind, wo ich mal so und das darf nicht geschehen und so. Egal, Leute, sie sind da nicht, weißt du, ich bin ein paar Azzer, aber ich lasse doch fort, dem Moment. Und, ja, es ging wohl so, ich halte nächstes Jahr an, fang weiter voll. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, wie lange wir, als du mal denn noch am Miserer werden. Allee, tschuhu.